Hallo? Da sind wir anscheinend auf einen Glitch gestoßen. Moment. Du! Du kriegst keinen Tropfen mehr, bis du den Deckel bezahlt hast! Du Kalm, ihr gehört zu mir. Ich dachte, ihr wurdet guillotiniert. Wie könnt ihr so etwas über euren Retter sagen? Habt ihr meine Nachricht erhalten? Wenn ich das mache, will ich fort aus Frankreich. In vier Tagen könnte ich euch eine Passage von Marseille nach Ägypten arrangieren. Habt ihr eine Ahnung, wo sich das Manuskript befinden könnte? Condorcet wusste, dass er gejagt wurde. Er verschwand für zwei Tage vor seiner Festnahme und ließ das hier zurück. Sein Manuskript muss im Grab Ludwigs des Neunten sein. Die königliche Gruft? Oh, da muss ich euch warnen, Monsieur. Die Geister der Könige wandeln in den Höhlen. Wenn sie ihr armes Opfer gestellt haben, setzen sie ihm eine fürchterliche Krone aus Messern auf, die seine Augen zerstechen, sodass diese auslaufen wie zerplatzte Trauben. Immer noch besser, als zum nächsten König Frankreichs gekrönt zu werden. Apropos Trauben, an die Arbeit. Ja, Monsieur. Findet das Grab mit diesem Wappen und bergt das verlorene Manuskript. Wir treffen uns in drei Tagen. Auf euer Wohl, Arnaud. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Erinnerung. Sie hat uns von den Helix-Daten getrennt. Ja, Leute, und damit willkommen zu Assassin's Creed Unity Dead Kings. Nur, das ist eine kleine Info-Aufnahme. Ihr seht ja hier was anderes an. Tipptipp. Werdet ihr gleich nämlich nicht mehr haben. Also, werde ich nicht mehr haben. Weil, wie schon in einer anderen Aufnahme, die letzte Folge von Unity, hatte ich ja auch noch erwähnt, dass ich schon vorher die Dead Kings-Folgen aufgenommen habe. Weil ich nicht mehr zu blöd war, heute rauszukommen, aus der Erinnerung. Äh, ja. Und ich habe immer Dead Knights gesagt, statt Dead Kings. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil ich zu blöd war. Naja, gut. Wie gesagt, nicht wundern, dass ich immer Dead Knights sage, statt Dead Kings. Ich war ein Verpeilto, so wie immer. Ist ja nichts Neues bei mir. Naja, gut. Dann würde ich sagen, aber dann enden wir mit dieser komischen kleinen Ansage und viel Spaß bei der Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Ja, Dead Knights. Irgendwie müssen wir diesen Glitch erstmal machen. Ob wir weitermachen können. Jo, würde ich sagen, machen wir das mal, ne? Okay. Musst du nur gucken, bei was das jetzt ist, bei mir. Jetzt geht's wieder. Dann sehen wir mal, wo uns dieser Umweg hinführt. Vielleicht in eine andere DNA-Sequenz. Kann sein. Dead Knights. Der Nervt, geht weg. Wow. Nervtensägen. Ehrlich jetzt? Ich bin da noch reingerahnt, aus Versehen. Läuft mal wieder bei mir. Tschüss. Ei, 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 ei. Ich bin da noch reingerahnt, aus Versehen. Ah. Dead Knights. Mann, 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 Mann. Das ist mies. Ah. Ablängung, Gelegenheit, Unterstützung, Gelegenheit. Mhm. Arnaud. Arnaud. Arnaud, welche Freude. Ja, naja. Ah, Mann. So mies, sowas. Was soll ich denn für Ablängung sorgen? Da. Gehen wir mal kurz dahin. Habe ich geschafft, eine andere Sequenz zu starten? Wow. Nur weil ich mich porten würde. Hallo. Oh, diese Säcke, da hasse ich, ne? Geht weg. Dann bin ich auf den Piss. Okay. Arnaud, hallo. Arnaud, hallo. Was ist die andere Ablängung? Da. Was ist das denn mit dieser Wolke da? Was ist da? Napoleon, zwei Spitze? Spitze? Ach, da oben hängt das. Hm. Okay, mal hier haben wir mal hoch. Irgend so ein Spezial-Dings da, Bumsday. So eine andere Zeit, oder wie? Ich weiß es gar nicht. Hm. Naja. Dann müssen wir das halt machen. Wie gesagt, die Staten hat auch nichts gebracht. Aber drin geblieben. Machen wir das halt so. Erstmal. Wusch. Eioi, oi, 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 oi. So. So kriegen wir das Ding. Okay. Ablenk und Gelegenheit. Geh rein da. Was machst du? Nimm die Scheiß-Vervor runter. Nimm die Scheiß-Vervor runter. Okay. Outsch. Outsch. Noch einer. Jo, 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 jo. Giss es. Ja, er ist tot. Ich hoffe, dich so zu bewegen. Mann, ich hasse sowas. Wahrlich ein gottverlassener Ort. Ich muss da hoch. Okay. Oh. Okay. Geh da mal hoch. Kommt da nicht, natürlich. So, aber okay. Da stimmt was nicht. Ah ja. Na komm her. Na komm her, bei Fuß. Komm her. Ja, war ich auch. Komm her. So. Okay. Ah ja. Oh, da sind ja noch mehr. Da muss ich hin. Aha. Okay. Da sind auch so viele. Da sind auch so viele. Ich bin hier. Ah, okay. Sehr schön. Die Attacke ist gut. Erst mal öffnen. So. Und. So. Das war auch wieder voll knapp. Okay. Können hier wahrscheinlich noch mehr drin machen, ne? Natürlich. Sterb. Sterb. So. So. Da müssen wir runter. Okay, das ist echt nur die eine Seite gerade. Was ist los? Da stimmt was nicht. Ruhe und Frieden, Mistkerl! So. Verdammt, jemand hat David getötet. Was zum Teufel ist da los? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tja. Wow. Okay. Okay. Oh. Hm, hier ist nichts. Hm, hier ist nichts. Hm, hier ist nichts. Nein, hier nicht. Nein, hier nicht. das ding nichts leichter als die tempeltür ist ganz nahe seht auf die karte hier ist aber nichts ihr verschwendet meine zeit mit euren märchen ihr wollt meine ehre infrage stellen eure soldaten ehre dass ich nicht lache ihr dürft eure abmachung brechen aber ich kann das auch und ich habe grausame vorliegen ein missverständnis kapitän es gibt wohl eine liste aller relikte die aus der gruft gestohlen wurden ich kann euch hinführen eine gute alternative zum tempel das ist nicht was ich will seht mich an wenn ich mit euch rede erfolgen wir dasselbe ziel ja gut dann sind wir uns einig findet den tempel und ihr kommt hier leben draus war mir eine freude was war das denn das ist doch ein chaos hier drinnen ich bin kein geist ok ok das macht ihr doch nichts aus oder du bist tot die karte dom porrier's liste geraubter relikte in der klosterbibliothek das mann dann halten sie rest gedrückt um die lateine an oder auszumachen wenn die lateine leer ist finden sie einen behälter und finden sie die neue behälter erscheinen auf der karte wenn sie die lateine kipp muss mit drauf sein mhm 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 werden sie flüchten halten sie ls gedrückt um die laterien an und auszumachen ja ja was haben wir denn da ok da ist noch eine kiste weil hier sonst keiner unten ist oh und eier mein lieblings noch kaum ich hoffe nicht bin ich gerade zu schlecht ein Alles voller Fledermutter. Wow. Ist mir wahrscheinlich auch zu schwer aufzumachen. Hm. Geht weg. So. Okay. Hm. Woops. Was ich ja gar nicht so? Aha. Okay. so sind wir wieder raus es geht halt echt noch weiter was passt das ach jo das wollte ich dieses deadnights gar nicht machen also jetzt zumindest noch nicht jetzt komme ich hier nicht mehr raus ist auch super soll ich da wieder rein oder was okay guck mal was da ist dass der mich da nicht sieht so witzig warum antwortet ihr mir nicht bürger hier müssen wir gar nicht hin hier müssen wir gar nicht hin einfach um und spaziert woanders ich laufe doch nur lang das mach ich doch nicht oh man ist auch so ein sperrgebiet oh man oh man oh man hm okay das nicht danke das ist illegal Als mit Beten? Besser nicht. Das ist illegal. Beten ist illegal? Okay. Hm. So! Du kannst die Regeln! Outsch! Fuss mich gar nicht. ja ich habe keine kranke mehr okay dass man hier nicht mehr rauskommt ist auch so naja da kommen wir doch wieder raus wenn ich das so mache gut das mache ich dann erstmal ohne aufnahme fertig und dann sehen wir uns danach wieder tschau tschau